Ich bin erst jetzt gerade nach Hause gekommen. Es ist 10 Uhr. Ich war jetzt die ganze Zeit bei meinem Kutschenlehrer. Ich habe noch ein bisschen was getrunken und ein bisschen gequatscht. Das Problem ist nur, dass ich halt jeden Tag halt vor 4 Uhr aufstehe in der Früh, weil ich immer Frühdienst habe von 5 bis 9. Ich springe jetzt noch ganz schön in die Dusche, werde schon Haare waschen und dann schnell ab ins Bett. Aber Kutschenfahren war heute so cool, es hat echt so viel Spaß gemacht. Und das hier ist übrigens meine Zu-Bett-Gehfrisur, weil die kriege ich nämlich morgen dann automatisch locken. Und was ich noch sagen wollte ist, dass ich natürlich auch mit der Kutsche gefahren bin, nur ich konnte halt eben nicht snappen, weil ich halt eben die Leine in der Hand halte und habe halt immer nur gesnappt, als ich mein Kutschenlehrer neben mir gefahren bin. Hallöchen, ich habe jetzt gerade voll die coole Aussicht, das zeige ich dir jetzt hier gleich, weil wir filmen jetzt gerade auch ein Video für Tryout Tuesday. Bei Tryout Tuesday mache ich verschiedene Hacks aus dem Internet nach und probiere und teste sie aus. Und da haben wir ja schon mal ganz viel aufgelegt. Und für das erste Video mache ich Nutella-Seife und das teste ich jetzt einmal aus und schauen wir mal, ob das was wird. Kamera ist auch schon da, geht gleich los. Maa, wie cool ist denn dieser Filter? So einfach kleine Tattoos und einen lila Lippenstift. Wir filmen heute nämlich insgesamt drei Videos, glaube ich, oder vier sogar. Und in einem Video brauche ich auch diese Blumenbänder und ich liebe Blumenbänder. Schaut das nicht mega cool aus? Einfach so eine Seife in einem Nutella-Glas. Schau mal, wie cool das haben wir jetzt gerade gefilmt. Bin mega happy. Wie du das machen kannst, ein Video werde ich demnächst dann auch mal online stellen. Für das nächste Video brauche ich diese Sticker oder ich hätte noch Cupcakes da oder kleine Ohlen oder Schmetterlinge. Ich kann mich natürlich ganz genau entscheiden. Dann habe ich jetzt gerade diese Schuhschachtel hier in Geschenkspapier gepackt. Und jetzt filmen wir auch gleich weiter. Aber das Schlimmste an der ganzen Sache ist, dass vom allerersten Video noch die komplette Schüssel Nutella da rumsteht und ich die ganze Zeit mit dem Finger hier reinfahre und das dann esse. Und jetzt im Dirndl mit Blumen und mit der Natti. Wir haben jetzt auch gerade noch was gefilmt. Und sind jetzt fertig und jetzt geht es ab in den Stall. Hier sieht man das Dirndl noch. Ich muss auch sagen, es ist mir auch schon ein bisschen zu groß. Voll lustig. Schau mal, wen ich jetzt gerade beim Einkaufen getroffen habe. Hallo. Digil. Kennst du auch aus einigen meiner Videos? Nie. Richtig. Kennst du das Gefühl, wenn du so hungrig bist, dass es schon richtig schlecht ist? Genau dieses Gefühl habe ich jetzt gerade. Das ist echt... Ich mache mir jetzt diese Bio-Tortellini mit Spinat und Ricotta. Und das ist schon mein Zettel, der vorbereitet ist mit Basilikum und Tomaten. Und das ist sie bei mir. Angelegen iPen. Und das ist schon... Und das ist das ganze Leithe.